Willkommen bei OneAppaDay. Jeden Tag eine App. IOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, servus, klöze und hallo und willkommen zur neuen OneAppaDay-Folge mit einer Folge zu einem Watches, so rum. Die Rede ist von dem Watch-Face Pixel Watch-Face, nein, Pixel Watch Messer LX74, ein Watch-Face von Messer Watch, so rum. Bei mehr als 1000 Downloads gibt es keine Durchschnitts-Sterne-Bewertung, wie fast immer getestet auf der Galaxy Watch 5. Aktuelle Version Nummer 2.0.0, 3 Megawatt groß. Das Watch-Face sieht sehr, sehr nett aus, das kann man schon mal sagen. Beziehungsweise, wenn man auf Außergewöhnliche steht. Ihr könnt unten zum Beispiel Shortcuts haben zum Kalender oder sowas. Ihr könnt, oder ja, und dann noch links und rechts auch noch Shortcuts zum Beispiel zum Musikplayer oder Fern oder was auch immer. In der Mitte wird die Digitaluhr angezeigt, da unter das Datum. Dann könnt ihr noch einen Shortcut hinzufügen. Die Weltzeit-Uhr könnt ihr euch anzeigen lassen. Zum Beispiel Sunset, Hearts, also Pulsschlag und oben dann die Schritte. Das Ganze erinnert mich irgendwie so, oder finde ich, könnte alleine von der Dot-Matrix her durchaus auch theoretisch von Nothing sein, tatsächlich. Erinnert mich jedenfalls sehr an das Nothing-Design, muss ich irgendwie sagen. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Das Pixel Watch-Messer LX74 Watch-Face. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye-bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.deo slash oneappatalk oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatalk. Das war One Appatalk.